Wenn ich im Raumbad Kissingen Bad Neustadt filme, ist ganz klar, dass ich als kleiner Filmlehrmacher auch mein Frühstück brauche. Und so bin ich frühmorgens 7.30 Uhr schon bei der Tante Bärbel. Das ist aber keine Tante von mir, sondern ein Backhaus von Ralf Nastet. Wir kennen uns schon seit Jahren und gerne bin ich bei ihm, denn ich sehe von seinem Kaffee aus über der Backstube über Bad Neustadt. Und da geht es dann ans Frühstück, an das Krümelfrühstück. Das ist eine kleine Sache mit Kakao und mit Butterhörnchen und Erdbeermarmelade. Genauso, wie ich es eigentlich möchte. Wenn ich dann immer noch ein bisschen Hunger habe, bestelle ich das Gleiche eben nochmal. Ich gucke ein bisschen raus über Bad Neustadt. Es ist ziemlich früh, wir haben auch viele Feiertage vor uns, sodass es extra ruhig ist in Bad Neustadt. Es macht Spaß in Bad Neustadt zu filmen. Ich bin sehr gerne in der Rhön und gehe auch gerne wieder jetzt demnächst nach Hause, nach Akron, Ohio.